Hallo liebe Freunde, vor kurzem war ich noch in der Oberlausitz, jetzt bin ich schon in Tirol. Fultmes, das ist der Endpunkt der Stubay-Talbahn. Von hier aus geht es in gut einer Stunde nach Innsbruck. Jede Stunde, kurz nach halb, geht es auf die gut 18 Kilometer lange Strecke Richtung Innsbruck. Der STB steht an den modernen Triebwagen, das ist die Abkürzung für Stubay-Talbahn. Seit 1904 gibt es diese Bahn mit einem ganz markanten Bauwerk. Darüber werde ich in meinem Film am Wochenende berichten. Jetzt soll dieser kleine Appetit haben erstmal reichen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017